Ich freue mich sehr auf das Metaphorum Sommercamp 2024 und in meinem Seminar werden wir die Kraft von Metaphern, Geschichten und Impact-Techniken erkunden. Und du wirst viele kreative Techniken kennenlernen, die helfen, komplexe Konzepte auf den Punkt zu bringen und wirklich begreifbar zu machen. Und eine Technik, damit du dir vorstellen kannst, was dich erwartet, habe ich dir schon mitgebracht. Das ist eine kleine Technik für Menschen, die aufgrund von schlechten Rahmenbedingungen die Ziele, die sie sich gewünscht haben, nicht erreicht haben oder nur zum Teil erreicht haben und deswegen an ihren Fähigkeiten zweifeln, ihren Selbstwert reduzieren und ihren Prozess auch nicht zu schätzen wissen. Für diesen Fall kannst du zum Beispiel zwei Bilder nehmen. Einmal dieses und einmal dieses und fragen, welcher Baum ist stärker? Und üblicherweise antworten die Leute ja die üppige Tanne. Dann kannst du sagen, okay, auf den ersten Blick sieht das so aus, aber gucken wir uns mal das gesamte Bild an. Das ist das Bild der üppigen Tanne und das von dem anderen Baum. Welcher Baum ist stärker? Und vor diesem Hintergrund gelingt es vielen dann doch noch mal eine andere Perspektive einzunehmen und neu zu bewerten. Diese und viele andere Techniken wirst du kennenlernen und ich freue mich auf dich.